Herzlich willkommen zur Online-Vorlesung über Fehlerquellen bei der strafrechtlichen Klausurbearbeitung. Zunächst einmal ein paar allgemeine Hinweise dazu. Wir haben im Fachgebiet Strafrecht festgestellt bei der Korrektur, dass häufig immer die gleichen Fehler in Klausuren gemacht werden, die ganz einfach den Wert eines solchen strafrechtlichen Gutachtens deutlich schmälern. Unter anderem vergeben wir in der Regel auch immer Punkte für Aufbau, Stil, Rechtschreibung, Gliederung etc., was teilweise bis zu 10% der Klausur ausmachen kann. Die nachfolgenden Hinweise sollen solche Punktabzüge in strafrechtlichen Klausuren möglichst verhindern. Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis. Der Kollege Christian Kirchner hat sich über den Gutachtenstil schon mal Gedanken gemacht und dazu eine Online-Vorlesung verfasst. Deshalb werde ich in den nachfolgenden Ausführungen nicht auf den Gutachtenstil eingehen. Vielfach ist es in Klausuren schon daran gescheitert, dass die Aufgabenstellung im Klausurstress nicht richtig oder sogar vollkommen falsch erfasst wurde. Man sollte sich also angewöhnen, egal wie neugierig und wie aufgeregt man ist, bevor man den Sachverhalt liest, sich zuerst die Aufgabenstellung anzuschauen, diese richtig zu erfassen und gegebenenfalls Zusatzhinweise zu beachten. Ein paar Beispiele dafür. Lautet die Aufgabenstellung beurteilen Sie das Verhalten des T aus strafrechtlicher Hinsicht, so ist tatsächlich auch nur der T zu beurteilen. Tatsächlich kam es in der Hektik von Klausuren schon vor, dass die falsche Person beurteilt wurde und demzufolge leider nur 0 Punkte zu vergeben waren. Ein weiterer Hinweis auf das Grundlieg der Körperverletzung gemäß 223 StGB ist nicht einzugehen. Beispielsweise, wenn man eine gefährliche Körperverletzung beurteilen muss und das Grunddelikt vorausgesetzt wird, brauche ich dementsprechend auch zu den Paragraphen 223 dann keine Aussage zu machen. Oder lautet beispielsweise die Aufgabenstellung erläutern Sie, was man unter der Sozialadäquanzklausel versteht, dann ist es zum Beispiel notwendig, hier genauere Ausführungen dazu zu machen, weil wir auch in der Vergangenheit häufiger schon mit Fragenstellungen in den Klausuren gearbeitet haben. Steht jetzt zum Beispiel hier nur nennen Sie, dann kann ich das natürlich etwas abkürzen. Ein weiterer häufiger Fehler ist, dass unzulässige Interpretationen durchgeführt werden. Ihr solltet euch also stets merken, dass das, was im Sachverhalt steht, in dieser aktuellen Klausur auch Gesetz ist. Ihr dürft nichts hinzufügen, was sich dem Sachverhalt nicht unmittelbar entnehmen lässt. Und ebenso sollt ihr auch nichts im Sachverhalt hineininterpretieren, was nicht der Fall auch ausdrücklich vorgibt. Und wenn einmal im Sachverhalt Angaben fehlen, dann bedeutet dies nicht, dass man ihn auslegen oder deuten darf, wie man will, denn ab und zu machen wir das auch absichtlich, dass wir genau zu einer bestimmten Sache keine Angaben machen. Es gibt eine Ausnahme, und zwar bei lebensnahen Interpretationen, denn diese sind selbstverständlich zulässig. Wir haben hier ein kleines Beispiel aufgeführt. Wer mit einer Eisenstange heftig geschlagen wird, der hat Schmerzen und zumindest blaue Flecken, auch wenn das aus dem Sachverhalt nicht explizit hervorgeht. Dies ergibt sich einfach aus der allgemeinen Lebenserfahrung und deswegen wäre eine solche Interpretation zulässig. Wir haben hier noch ein kleines Beispiel. T zieht den O aus dem Pkw, mit welchem er an einer roten Ampel steht. T nimmt O den Fahrzeugschüssel ab und fährt mit dem Wagen weg. Man darf jetzt hier nicht einfach eine Körperverletzung mit dem Hinweis bejahen, dass T den O aus dem Auto gezogen hat und O sich dabei Verletzungen zuzog. Denn genau das gibt der Sachverhalt eben nicht her. Es steht einfach nur das Wort, er zieht ihn aus dem Auto heraus. Und wenn so etwas mal im Sachverhalt ist, dann könnt ihr nicht einfach eine körperliche Misshandlung oder Gesundheitsschädigung annehmen, denn ein Herausziehen ist durchaus auch möglich, ohne dass es zu einer solchen Körperverletzung gekommen ist. Ein nächstes Thema ist das Thema der Schwerpunkte. Eine gute Strafrechtsklausur, die zeigt sich daran, dass jemand Probleme in der Klausur erkennt und diese intensiver bearbeitet. Ihr sollt also auch mit euren Ausführungen zeigen, das hier ist ein Problem, hier schreibe ich mehr und der andere Punkt ist vielleicht unproblematisch und hier schreibe ich weniger. Es ist sehr oft zu beobachten, dass die Schwerpunkte falsch gesetzt werden. An Stellen, wo man sich sicher ist, wo also der Sachverhalt auch eindeutig ist, wird sehr viel geschrieben. An Stellen, wo man sich unsicher ist und aber da genau das Problem liegt, wird wenig geschrieben. Und genau hier liegt der Fehler. Es wird zum Beispiel beim Diebstahl selten ein Problem, beim Tatbestandsmerkmal beweglich vorliegen und hier kann man die Subsumption durchaus dann auch kurz fassen. Aber nehmen wir mal als Beispiel die Notwehr bei der Erforderlichkeit. Hier bei tödlichen Notwehrmitteln, da muss man richtig viel schreiben, weil genau hier sich häufig entscheidet, ob das Handeln durch Notwehr gerechtfertigt war oder nicht. Also setzt die Schwerpunkte so, wo ihr die Probleme erkennt. Vielfach haben Studierende schon das Problem, einen richtigen einleitenden Satz zum Gutachten zu verfassen. Deswegen wird hier kurz aufgezeigt, was gehört in einen solchen einleitenden Satz mit rein. Zunächst einmal die zu beurteilende Person, das wäre also hier der T. Dann das entsprechende Delikt, das wäre also hier die Körperverletzung. Dann nenne ich genau den Paragrafen mit dem entsprechenden Absatz, also hier Paragraf 223 Absatz 1 und natürlich die Norm, woraus sich das ergibt. In den meisten Fällen natürlich im Strafrecht aus dem StGB, gelegentlich natürlich auch aus dem BGB. Und zu guter Letzt erkläre ich in einem kurzen Halbsatz, warum gerade dieses Delikt, nämlich hier ein Körperverletzungsdelikt, geprüft wird, ohne allerdings hier in diesem Zusammenhang bereits Tatbestandsmerkmale zu nennen. Ein paar Besonderheiten beim einleitenden Satz unter dem Endergebnis sind bei Strafzumessungen zu beachten. Zum Beispiel bei besonders schweren Fällen wie dem Paragrafen 243 StGB. Diese Strafzumessungen sind im Obersatz noch nicht zu nennen. Erst im Endergebnis sind alle erfüllten Delikte auch inklusive der Strafzumessung aufzuführen. Ganz wichtig, bitte beachtet bei Endergebnissen die richtige Formulierung. Es heißt, der T hat sich und so weiter und so fort strafbar gemacht, nicht schuldig gemacht. Das lesen wir ganz oft, dass jemand schreibt, er hat sich dessen und dessen schuldig gemacht. Schreibt, er hat sich strafbar gemacht. Wenn wir zum Beispiel auch eine Notwehr prüfen, dann schreiben wir am Ende nicht, der hat sich strafbar gemacht, das Verhalten ist aber durch Notwehr gerechtfertigt. Nein, das heißt, er hat den Tatbestand des Paragrafen XY StGB erfüllt. Sein Verhalten war jedoch durch Notwehr gemäß Paragraf 32 StGB gerechtfertigt und damit scheidet eine Strafbarkeit aus. Achtet also bitte auf diese saubere Formulierung, denn hier sieht man auch gut, ob ihr es verstanden habt oder nicht. Sowohl Zwischenergebnisse als auch Endergebnisse der strafrechtlichen Prüfung können auch festgestellt werden. Ihr dürft also hier vom Konjunktiv in den Indikativ wechseln. Zum Beispiel, somit ist das Tatbestandsmerkmal fremd erfüllt, somit hat sich T einer Körperverletzung gemäß 223 Absatz 1 StGB strafbar gemacht. Ansonsten bitte wendet allerdings nicht den Urteilsziel an. Hier verweise ich auch nochmal auf das Video von dem Kollegen Christian Kirchner zum Thema Gutachtenstil. Ganz wichtig bei der gesamten Prüfung strafrechtlicher Delikte ist diese Gliederung. Wir lesen es immer wieder, dass diese Gliederung nicht durchgehalten wird, obwohl sie allen bekannt sein soll. Deswegen hier nochmal eine extra Folie. Man beginnt mit einem einleitenden Satz, wie er vorhin beschrieben wurde. Dieser beginnt übrigens auch nicht mit zu prüfen wäre, ob nein, der T könnte sich und so weiter und so vor, wie wir es ein paar Folien vorher beschrieben haben. Dann kommt als erstes Römisch 1 Tatbestand. Der Tatbestand gliedert sich in erstens objektiver Tatbestand und zweitens subjektiver Tatbestand. Römisch 2 ist die Rechtswidrigkeit. Solltet ihr eine Notwehr prüfen, kämen als erstes objektive Rechtfertigungselemente und als zweites subjektive Rechtfertigungselemente. Als drittes Römisch 3 kommt die Schuld. Bei Römisch 4 kommt der Strafantrag oder ähnliche Prozessvoraussetzungen auch Strafzumessungen. Wenn ihr eine Strafzumessung habt, dann schreibt ihr hier objektive Seite und subjektive Seite. Am Ende kommt dann das Ergebnis des Gutachtens, wie wir es vorhin erklärt haben. Bitte verwendet nicht zu viele Gliederungspunkte. Also ihr müsst nicht jedes Tatbestandsmerkmal mit einer extra Überschrift versehen. Das ist nicht erforderlich. Sondern benutzt logische Absätze, sodass man erkennt, jetzt kommt das nächste Tatbestandsmerkmal. Ganz wichtig, bitte vergesst nicht, Zwischenergebnisse auch festzustellen. Also damit ist der objektive Tatbestand erfüllt. Damit ist der subjektive Tatbestand erfüllt. Und so weiter. Bitte diese Zwischenergebnisse immer schön einbauen, weil es einfach eine logische Struktur deutlich macht. Beim Thema Abkürzung kommt es auch immer wieder zu Problemen in der Klausur. Aber grundsätzlich sind nur Abkürzungen zugelassen, die laut Duden zulässig sind. Also zum Beispiel und so weiter mit USW abzukürzen oder etc. mit ETC. Wörter, die ihr mehrfach benutzt, die dürfen, wenn ihr sie einmal vollständig ausgeschrieben habt und den Klammern als Abkürzung angeführt habt, danach auch abgekürzt werden. Also zum Beispiel objektiver Tatbestand, wenn ihr das ausschreibt und den Klammern OBJETB, dann ist das in Ordnung. Was nicht zugelassen ist, wenn jemand ganze Satzbausteine abkürzt, also zum Beispiel ausweichlich des Sachverhaltes mit ADS abzukürzen. Das ist zu weitführend. Das geht nicht. Deswegen beschränkt euch auf Sachen wie objektiver Tatbestand abzukürzen, wenn ihr es definiert habt, oder Rechtswidrigkeit in Klammern RW. Wie auch immer. Das bleibt euch überlassen. Ganz oft lesen wir leider unzulässige Verweise. Hier müsst ihr ganz besonders darauf achten, denn das gibt keine Punkte, wenn ihr unzulässige Verweise verwendet. Also man darf bei Definition verweisen. Sagen wir mal, ihr habt mehrere Delikte zu prüfen und ihr Verweis beim Vorsatz, der Vorsatz wurde bereits definiert in Aufgabe 1, dann ist das zulässig. Was nicht zulässig ist, ist der Verweis auf den Vorsatz eines anderen Delikts. Also wenn man schreibt, ja, beim anderen Delikt wurde der Vorsatz ja bereits geprüft, insofern handelte der Täter vorsätzlich. Das geht nicht, denn es ist ein anderes Delikt, oftmals sogar eine andere Person. Da kann man nicht einfach schreiben, dass der Vorsatz schon geprüft wurde und vorliegt. Dasselbe gilt für die Rechtswidrigkeit und die Schuld eines anderen Delikts. Man kann nicht schreiben, in Aufgabe 2, die Rechtswidrigkeit und die Schuld wurde bereits in Aufgabe 1 geprüft und liegt vor, somit verweise ich. Das wäre ein unzulässiger Verweis. Man dürfte allerdings schreiben, wenn man das definieren, wollte, was wir ja nicht tun, aber wenn es eine Definition dazu gäbe, die ihr hinschreibt, dann dürft ihr auf die Definition verweisen. Bitte nicht auf den Inhalt verweisen. Das ist unzulässig. Was ihr allerdings tun dürft, wenn ihr zum Beispiel ein Vorsatzdelikt prüft und dort den Vorsatz ablehnt, dann kommt ihr zur Fahrlässigkeit. Dann dürft ihr natürlich, weil es sich um denselben Lebenssachverhalt handelt und um dieselben Tatbestandsmerkmale, dann dürft ihr verweisen und sagen, wie bereits bei der Prüfung des vorsätzlichen Delikts festgestellt, handelt es sich um eine körperliche Misshandlung oder um eine Tötung oder was auch immer. Deswegen verweise ich hier. Oder ihr dürft auch, wenn ihr einen Diebstahl prüft und den ablehnt und dann zur Unterschlagung kommt, dürft ihr natürlich auf fremde, bewegliche Sache des Diebstahls verweisen, weil es ja dieselbe Lebenssachverhalt und dieselben Tatbestandsmerkmale, derselbe Täter usw. ist. Da müsst ihr aber ganz vorsichtig sein, denn unzulässige Verweise geben 0 Punkte. Einschübe kommen immer mal wieder vor, wenn man etwas vergessen hat. Das ist auch überhaupt kein Problem. Ihr solltet euch allerdings zwei Dinge merken. Und zwar solltet ihr mit einem Kreuz kennzeichnen, wo der Einschub hinkommt und dann auch die Seite angeben, wenn der Einschub nicht auf derselben Seite zu finden ist. Denn häufig blättert man in der Klausel rum und fragt sich, wo hat derjenige denn jetzt diesen Einschub hingeschrieben und findet ihn nicht. Bei mehreren Einschüben ist es wichtig, dass ihr die bitte auch mit einer Nummer kennzeichnet, damit man weiß, welcher Einschub gehört wohin. Leider ein Punkt, wo viele Studierende viele Punkte verschenken, ist die Vorsatzprüfung. Die Vorsatzprüfung wird häufig sehr hochgewichtet, da sie anspruchsvoll ist und man viel mit dem Sachverhalt arbeiten kann. Und deswegen solltet ihr bitte unbedingt darauf achten, dass ihr das häufig übt und dass ihr hier nicht wichtige Punkte verschenkt. Wie immer beim Gutachtenstil gilt ansprechen, definieren, subsumieren und Endergebnis. Also wir beginnen natürlich mit einer Definition des Vorsatzes. Nach dieser Definition müsst ihr keinen Hinweis mehr hinschreiben, dass Vorsatz Wissen und Wollen ist, denn das ergibt sich bereits aus dieser Definition. Ein schöner Hinweis wäre, wenn man hier auf die kognitive und die voluntative Komponente verweist, weil das gut klingt und ihr die juristischen Fachbegriffe hier auch verwendet. Ihr solltet ganz wichtig den richtigen Einstieg wählen. Ich habe hier mal ein Negativbeispiel aufgeführt, das ich in einer Klausur gelesen habe. Da es sich gemäß § 15 StGB bei dem Tötungsdelikt um ein Erfolgsdelikt handelt, muss die Tat vorsätzlich begangen worden sein. Hier werden so viele verschiedene Dinge durcheinander geworfen, dass man nicht mehr von einem guten Einstieg reden kann. Denn aus § 15 StGB ergibt sich vielleicht maximal, dass es sich bei dem Tötungsdelikt meinetwegen um ein Vorsatzdelikt handelt, weil da ja drinsteht in § 15 StGB, dass grundsätzlich nur vorsätzliches Handeln strafbar ist, es sei denn, die Fahrlässigkeit ist ausdrücklich unter Strafe gestellt. Allerdings hat § 15 StGB nichts mit einem Erfolgsdelikt zu tun und ein Erfolgsdelikt hat nichts damit zu tun, dass es vorsätzlich begangen worden sein muss, also bitte achtet darauf, hier einen richtigen Einstieg zu wählen. Schreibt meinetwegen hin aus § 15 StGB ergibt sich, dass es sich um ein Vorsatzdelikt handeln muss. Bei dem Vorsatz geht es ja insbesondere darum, innere Einstellungen und Motive des Täters hervorzubringen. Also bitte, wenn im Sachverhalt etwas dazu steht, dann benutzt auch diese Dinge. Wenn zum Beispiel steht, in ihrer Vernehmung gab sie an, dann zitiert das, schreibt, laut ihrer Vernehmung wollte sie den töten. Das sind ja Motive und Einstellungen des Täters. Ihr müsst also den Sachverhalt richtig aussaugen, denn darauf kommt es bei der Vorsatzprüfung an. Nicht einfach nur den objektiven Tabtenstand wiederholen, sondern hier geht es darum, was wusste und was wollte der Täter. Schreibt zum Beispiel nicht immer bei dem Wissen, aus der allgemeinen Lebenserfahrung ergibt sich. Das könnt ihr nehmen, wenn der Sachverhalt nichts hergibt, aber wenn im Sachverhalt steht, sie sagte in der Vernehmung, dass sie ganz genau wusste, dass sie den töten wird, dann benutzt es auch und schreibt nicht euren lapidaren Satz hin, aus der allgemeinen Lebenserfahrung ergibt sich. Es muss eine saubere Subsumtion der kognitiven und der voluntativen Komponente erfolgen. Es empfiehlt sich, zunächst die kognitive Komponente abzuhandeln und auf alle Tatbestandsmerkmale zu beziehen und dann die voluntative Komponente abzuhandeln und auf alle Tatbestandsmerkmale zu beziehen. Das gibt eine saubere Struktur, eine saubere Subsumtion und man weiß genau, wo ihr seid. Also bitte vermischt nicht laufend diese beiden Komponenten. Am Ende sollte man den genauen Grad des Vorsatzes bestimmen, sofern dies möglich ist. Und bitte verwendet hier auch die entscheidenden Formulierungen der jeweiligen Formen. Zum Beispiel bei Dullus direkt des ersten Grades kommt es darauf an, dass er auf der voluntativen Komponente zielgerichteten Erfolgswillen hatte. Bei Dullus direkt des zweiten Grades ist es das sichere Wissen auf der kognitiven Komponente und bei Dullus eventualis ist es dieses mindestens Billigen in Kaufnehmen auf der voluntativen Komponente. Das sind wichtige Formulierungen, die eben diese Vorsatzform ausmachen und deswegen solltet ihr sie bitte hier auch verwenden. Man kann anhand des Gesetzestextes oft schon sehen, welcher Vorsatz dementsprechend verlangt ist. Ist der Begriff Absicht im Gesetz genannt, also wie beispielsweise bei der Zueignungsabsicht beim Diebstahl oder der Bereicherungsabsicht beim Betrug, dann verlangt dieses Tatbestandsmarkmal Dullus direkt des ersten Grades. Sind dagegen Begriffe wie wissentlich oder wieder besseres Wissens aufgeführt, ist das immer ein Hinweis darauf, dass mindestens Dullus direkt des zweiten Grades verlangt ist. Steht kein Hinweis auf den Vorsatz im Gesetz, so verlangt diese Bestimmung ausdrücklich mindestens Dullus eventualis. Hier noch ein kleiner Hinweis zur Fahrlässigkeit, die ist natürlich nur dann strafbar, wenn sie ausdrücklich im Gesetz steht. Wenn ihr feststellt, dass ein Tatbestandsmerkmal nicht erfüllt ist, das gleiche gilt auch analog der Rechtswidrigkeit und der Schuld, dann solltet ihr grundsätzlich auch die Prüfung an dieser Stelle abbrechen und das geprüfte Delikt ablehnen. Ich weiß, dass es in anderen Fachgebieten manchmal anders gehandhabt werden soll, das solltet ihr aber dann mit dem jeweiligen Dozenten abklären, aber in Strafrecht gilt, liegt ein Tatbestandsmerkmal nicht vor, dann brecht an dieser Stelle die Prüfung ab. Denn wir haben das ja entsprechend konzipiert, auch die Klausuren. Wir haben uns also vorher Gedanken gemacht, wenn zum Beispiel ein Tatbestandsmerkmal nicht vorliegt, dass ihr an dieser Stelle ablehnt. Wer dann weiter prüft, der verliert wertvolle Zeit. Es gibt allerdings ein paar Ausnahmen, und zwar beim Versuch. Wenn ihr natürlich feststellt, der objektive Tatbestand ist nicht erfüllt, dann brecht ihr an dieser Stelle die Prüfung des jeweiligen Deliktes ab, aber dann solltet ihr natürlich den Versuch noch mal ins Auge fassen und den gegebenenfalls dann hier auch prüfen. Beim Vollrausch gilt das Gleiche. Wenn man die Schuld ablehnt, dann sollte man danach natürlich noch mal auf den Vollrausch eingehen, wenn dieser hier vorliegen könnte. Das Gleiche gilt auch bei Fahrlässigkeitsdelikten. Hier haben wir euch ja beigebracht, dass ihr zunächst das Vorsatzdelikt prüfen und dann beim Vorsatz ablehnen sollt, und danach in die Fahrlässigkeit einsteigt. Aber ansonsten gilt, ist ein Tatbestandsmerkmal nicht erfüllt, dann ist die Prüfung an dieser Stelle abzubrechen mit einem Endergebnis. Damit hat er sich nicht eines XY StGB strafbar gemacht. Dasselbe gilt übrigens auch für die Notwehr. Wenn man zum Ergebnis kommt, dass das Verhalten durch Notwehr gerechtfertigt war, so sollte man keine Schuld mehr prüfen, denn die Schuld ist hier irrelevant, denn das Verhalten war gerechtfertigt, nicht rechtswidrig. Aus dem Dreiklettinger Deliktsaufbau ergibt sich, dass man gar nicht mehr zur Schuld kommt. Dann kommt ein Endergebnis, wie vorhin dargestellt. Häufig wird natürlich vor Klausuren die Frage gestellt, welche Definitionen dürfen überhaupt verwendet werden. Wir haben schon vor längerer Zeit im Fachgebiet begonnen, mit Hilfe der Studierenden einen Definitionskalender zu entwickeln. Dieser bietet die Sicherheit, dass alle dort aufgeführten Definitionen von allen Dozenten begutachtet und anerkannt werden. Darüber hinaus können aber auch alle Definitionen aus anerkannten strafrechtlichen Lehrbüchern sowie aus den Präsentationen der Lehrkräfte uneingeschränkt verwendet werden. Wir erleben immer wieder, dass Definitionen sinngemäß angeführt werden. Ich vermute mal, dass es daran liegt, dass man keine Lust hat, die Definition zu lernen. Allerdings raten wir dringend davon ab, dies zu tun, denn oftmals werden hier Fehler gemacht, denn es kommt ganz oft bei Definitionen auf einzelne Wörter an. Und wenn man diese Wörter nicht haargenau trifft, dann ist die Definition nicht mehr richtig. Zum Beispiel beim Tatbestandsmerkmal fremd, beim Diebstahl. Wer jetzt hier schreiben würde, wenn die Sache nicht immer im Eigentum des Täters steht oder nicht herrenlos ist, der gibt eine falsche Definition wieder, denn es kommt eben darauf an, dass es nicht im Alleineigentum steht und nicht herrenlos ist. Es ist also kumulativ, nicht alternativ. Also auf solche Dinge solltet ihr achten. Deswegen empfehlen wir dringend, die Definition auswendig zu lernen, denn wenn ihr die Definition beherrscht, dann hat es einen Riesenvorteil für die Bearbeitungszeit und gibt euch Sicherheit. Bei der Rechtswidrigkeit und der Schuld kann man sich Standardsätze angewöhnen. Zum Beispiel bei der Rechtswidrigkeit könnte man schreiben, tatbestandsmäßiges Verhalten ist gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 5 StGB grundsätzlich rechtswidrig, es sei denn, der Täter hätte einen Rechtfertigungsgrund. Ein solcher ist nicht erkennbar, somit handelt der Täter rechtswidrig. Bei der Schuld könnte man schreiben, T ist schuldfähig, Schuldausschließungsgründe oder Entschuldigungsgründe sind im Sachverhalt nicht erkennbar, T handelt somit schuldhaft. Bitte beachtet nur, dass ihr diese Standardsätze zwar lernt, aber sie auch immer noch einmal im Kopf überprüft und nicht einfach blind hinschreibt und am Ende merkt, oje, hier hätte es ein Problem gegeben und ich habe es nicht gesehen, weil ich einfach meinen Standardsatz hingeschrieben habe. Ihr solltet im Gutachten auch Füllwörter vermeiden. Oftmals stellen wir fest, dass hier keine richtige Begründung, keine richtige Subsumption hingeschrieben wird, sondern einfach nur noch sogenannte Füllwörter wie eindeutig, ganz klar, sicherlich, zweifelsfrei etc., um damit zu suggerieren, dass das hier so eindeutig ist, dass man da keine Subsumptionen hinschreiben muss. Dies ist aber nicht zulässig und ihr solltet euch deswegen diese Füllwörter direkt von Anfang an abgewöhnen. An der Hochschule kursiert ja der Spruch Wer schreibt, der bleibt und wir können euch sagen, dass dieser Spruch auch zutrifft. Wer viele Sachverhalte ausformuliert, der kann einfach besser und flüssiger sich ausdrücken und er benötigt viel weniger Bearbeitungszeit, was ihm dann in der Klausur zugute kommt, um dann die Probleme sich anzuschauen, sich darüber Gedanken zu machen. Man sollte also bloß nicht schlicht auswendig lernen, sondern lieber Sachverhalte schreiben und anhand der Sachverhalte die Definition lernen. Denn je mehr man schreibt, desto sicherer wird man und desto besser geht es auch in der Klausur. Ihr solltet auch darauf achten, dass ihr keine umgangssprachlichen Ausdrücke im Gutachtensstil verwendet, zum Beispiel Ampel, Auto, Zebrastreifen. Das heißt nun Lichtzeichenanlage, Fahrzeug oder Fußgängerüberweg. Und ihr solltet auch juristische Fachbegriffe verwenden. Und auch das gewöhnt man sich an, indem man übt, übt, übt. Hier nochmal ein paar Tipps und Hinweise zu Subsumptionen, die leider in den Klausuren häufig nicht beachtet oder falsch gemacht werden. Ihr solltet zum Beispiel Formulierungen des Sachverhaltes aufgreifen. Sie gab zum Beispiel in ihrer Vernehmung an, sie habe ihn töten und damit handlungsunfähig machen wollen. Oder er wollte ihnen einen Denkzettel verpassen. Wenn ihr so etwas lest und das dann vielleicht sogar noch in Zitaten in euer Gutachten mit aufnehmt, dann zeigt ihr, dass ihr in der Lage seid, den Sachverhalt richtig zu verstehen, die richtigen und wichtigen Stellen herauszupicken und in eure Begründung, in eure Subsumptionen mit einfließen zu lassen. Ihr solltet also nicht immer nur laut Sachverhalt wollte er das, laut Sachverhalt wollte er dies schreiben, sondern ihr solltet auch schreiben, was er denn wirklich laut Sachverhalt wollte. Laut Sachverhalt gab sie in ihrer Vernehmung an, dass sie ihn habe töten und handlungsunfähig machen wollen. Das zeigt, dass ihr die richtige Stelle im Sachverhalt erkennt und in eurer Argumentation mit aufnehmt. Subsumption bedeutet nicht, nicht die schlichte Wiederholung und Umformulierung der Definition. Man darf also nicht einfach schreiben, fremd ist eine Sache, wenn sie nicht im Alleineigentum des Täters steht und nicht herrenlos ist. Vorliegend steht sie nicht im Alleineigentum des Täters und ist nicht herrenlos, somit ist sie fremd. Das wäre einfach nur die Definition umformuliert zu einem Ergebnis, zu einer Subsumption. Das ist eigentlich keine richtige Subsumption. Hier mangelt es komplett an einer Begründung und das wäre unzulässig. Also bitte begründet immer aus dem Sachverhalt, warum trifft diese Definition auf den Sachverhalt zu? Das ist also das, was ihr bei der Subsumption machen solltet. Warum? Diese Frage müsst ihr stets beantworten können. Jedes Tatbestandsmerkmal sollte einzeln geprüft werden. Wir lesen es leider immer, wie das jemand mehrere Definitionen voranstellt und dann gemeinsam prüft. Das hat selten zu der Höchstpunktzahl geführt. Deswegen solltet ihr euch einfach an den Gutachtensziel halten. immer ansprechen, definieren, subsumieren, Ergebnis. Dann das nächste Tatbestandsmerkmal ansprechen, definieren, subsumieren, Ergebnis. Bitte stellt auch nicht das Ergebnis vorweg, sondern prüft erst und macht dann das Ergebnis. Also schreibt nicht einfach hin, er hat eine körperliche Misshandlung begangen, eine körperliche Misshandlung ist das und das. Das wäre das Ergebnis vorweggestellt, ohne dass es überhaupt erst geprüft ist. Ich verweise an dieser Stelle noch einmal auf unser Video zum Gutachtensziel, wo das auch noch mal näher erläutert wird. Was ihr unbedingt vermeiden solltet, ist das Abstuhlen von Lehrbuchwissen ohne Fallbezug. Also alles, was keinen konkreten Fallbezug oder keine Fallrelevanz aufweist, ist falsch bzw. unnötig. Ihr spart dadurch Zeit, wenn ihr es weglasst und ihr kriegt sowieso keine Punkte darauf, wenn ihr da ewig lange Ausführungen macht. Also zum Beispiel, wenn man bei der Notwehr schreiben würde, A könnte gemäß § 32 StGB in Notwehr gehandelt haben. Ist bis hierhin absolut in Ordnung. Wer dann aber, wie ihr seht, in Rot, ich lese es jetzt nicht im Einzelnen vor, aber sich noch darüber auslässt, was die Römer vielleicht dazu gedacht haben. Das mag richtig sein, das mag auch historisch korrekt sein, ist aber für die Lösung des Sachverhaltes absolut irrelevant und hat im Gutachten nichts zu suchen. Ein Thema, wo man in der Klausur immer wieder viele Punkte vergeben kann, ist die Form, die Strukturen, die Rechtschreibung. Wir sind an einer Hochschule der Polizei und ihr werdet später in eurem Beruf viele Berichte schreiben und der Richter, der Staatsanwalt, der Rechtsanwalt, alle lesen eure Berichte. Deswegen erwarten wir, dass ihr die Rechtschreibung beachtet, dass ihr die Groß- und Kleinschreibung beachtet, dass ihr euch professionell ausdrückt und zwar die juristischen Fachbegriffe verwendet und nicht umgangssprachlich dort formuliert, dass ihr die Das-Das-Regel beherrscht, dass ihr nicht an den Rand der Klausur schreibt, weil dort auch unser Korrekturrand dann ist, wo wir Anmerkungen machen können, dass ihr die Blätter nummeriert und in der korrekten Reihenfolge einheftet. Es wirkt einfach professionell und das müsst ihr später bei Berichten genauso machen. Wer Probleme mit der Rechtschreibung hat oder der Das-Das-Regel, der sollte sie sich nochmal anschauen im Selbststudium, denn das erwarten wir einfach bei einem Hochschulabschluss und eurer späteren Berufung, dass ihr diese Dinge beachtet und dass ihr sie beherrschen lernt. In eurem Gutachten sind Unterstreichungen und farbliche Gestaltung nicht notwendig und kosten euch Bearbeitungszeit. Selbstverständlich könnt ihr im Sachverhalt für euch selbst unterstreichen und auch farblich markieren, aber in eurer Klausur, in eurem Gutachten, müsst ihr das nicht tun. Ihr solltet allerdings bitte logische Absätze machen, denn auch das zählt zur Struktur und zur Form dazu, auch das gibt Abzüge in der Note, wenn ihr hier einfach, wie in unserem Beispiel, was wir hier mal aufgelistet haben, in einer Tour ohne Absätze durchgeschrieben wird. Das ist unübersichtlich, es gibt keinen roten Faden und deswegen solltet ihr von solchen Beispielen bitte Abstand nehmen und logische Absätze auch einbauen. Ja, Udo Sachse und ich, wir bedanken uns bei euch für die Aufmerksamkeit und wir hoffen, euch mit diesem Video geholfen zu haben. Versucht, all diese Dinge zu beachten, wenn Unklarheiten bestehen, kommt auf uns zu und fragt uns, aber wenn ihr das alles beachtet, dann habt ihr eine gute Chance, auch eine super Klausur am Ende zu schreiben und eine gute Note zu bekommen. Auf Wiedersehen.